Ich baue mich schonmal hier wieder zum nächsten Ding rüber. Das ist ja alles scheißegal. Ich hau den Türstein hier heute nur so raus. Ich baue mal wieder ein bisschen Scheiße hier ab. Scheiße? Was kann man damit kraften? So. Ok. Herrmann, hast du Rat, was ich gerade nicht gefunden habe? Ah, ich seh dich schon. Hi. Gehen wir mal mit hier. Jetzt habe ich schon ungefähr sechs Hellforges in meinem Momentar. Cool. Aber keine Truhe, ey. Pisst dezent an. Die Kram ist gleich einfach nach unten, bis wir tot sind. Ich hab gerade... Ne, ich hab da nen Goldcoin dabei. Ne, ey. Ey, wenn wir jetzt hier nix finden, dann gehen wir in der nächsten Map, die wir uns da mal holen in die Hölle, ey. Ja, da wird ja auch was geupgradet sein. Denke ich mal auch. Es wird bestimmt auch ein paar neue Viecher hier unten geben und so. Alles noch schwieriger. Ach komm, wir sind jetzt die ganzen Viecher, wo ich einmal weiter bauen will. Voll geil, bei der Voodo-Puppe. Du bist eine schreckliche Person. Was steht das denn? Ja. Das ist ich an der Mitte oder du eine bist? Ne, das steht da, bei der Voodo-Puppe drunter. Du are a terrible person. Oh man. Wahrscheinlich, weil du damit den Guide töten kannst, wenn du ihn angezogen hast. Hellstone. Ich hab ne Truhe, ich hab ne Truhe, ich hab ne Truhe, komm her, komm her, komm her. Ja. Ich hab ne Truhe. Was? Brauchst du nen Schlüssel für? Ich hab eine. Jetzt... Oh, tot. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Und tot ist doch ein Hellforge. Ich hab eine Truhe gefunden. Jetzt bin ich echt gespannt, was da drin ist. Wenn da nix gutes drin ist, ne? Dann krieg ich nen Rage-Quick. Ich hab keine Lust mehr mit dir zu spielen. Dann den installier ich das Spiel. Oh, die 2 MB. Genau. Aber krass, was die so wenig Speicherplatz, so viel, was die da reinkriegen, ne? 12 MB, ich glaub größer ist das Spiel gar nicht. Ah ja, stimmt, du hast recht. Boah, ist da ne Truhe. So, was ist drin? Darf ich reingucken? Ein Sunfury. Was kann der? Hier, sowas. Äh... Meteor Bar. 33. Hellfire Armor. Okay, der macht, der macht, der macht 10 mehr als der Blue Moon. Also, äh... Ja. Du kannst ruhig haben, so ist das ja nicht. Also rüste ich den aus, den Blue Moon verkaufe ich nachher. Battle Potion. Was kann der? Increase enemy spawn rate. Oh. So. So, jetzt hab ich halt so einen. Super. Darf hast du mir jetzt in die Hölle gegangen, oder was? Hier benutze ich eh die. Warte, vielleicht kommt ja noch was. Ich muss mal eben gucken, was ich hier wegschmeiß, wie auch immer. Dann sind da noch irgendwie welche Potions drin, was Mana und ähm... äh... Leben regeneriert. Aber so richtig so der Buller war das jetzt nicht, ne? Sollen wir die Truhe mitnehmen? Ja. Die sieht cool aus. Da kann man nachher die richtig geilen Schätze reintun dann. Ey, was schmeiß ich denn weg? Brauch ich noch Steine? Ach. Ich will doch vielleicht sagen, wir gehen gleich mal wieder nach oben hier. Ich kann den Shadow Chess nicht abbauen, das ist aber gemein. Ich hab sie schon abgebaut. Ne, die Truhe, weißt du? Diese super Truhe da. Ja, die Shadow Chess da, ne? Ja. Die hab ich schon abgebaut. Echt? Musst du nur noch aufsammeln. Ach so. Ah, sehr nice. Warte. Okay, da ist direkt das nächste Gebäude. Ich hoffe einfach mal, dass wieder ein bisschen was drin ist. Aber es ist relativ groß und geht relativ tief rein. Kommst du her? Ja. Dass wir das mal probieren können hier jetzt. Dieser Hellstone macht mich gerade an, warte ich bin sofort bei dir. Ne, komm wieder her, hier sind Dämonen und so. Die sind böse, 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 böse. Oh, nicht so, einer noch. Komm, komm, komm. Nein, nicht sterben jetzt. Okay. Oh nein. Lava, blub. Hier unten ist nix. Hier unten ist nix. Boah, dabei ist es knapp. Ich bleib erstmal hier unten und regenerier mich etwas. Warte, bis ich die nächste Potion nehmen kann. Ja. Aber links ist direkt wieder das nächste Gebäude. Komm, eine Truhe noch. Eine Truhe ist noch drin. Komm. Ja, eigentlich schon, ne? Ey. Pass auf, da ist ja dasselbe drin. Nach so vielen Nieten. Einfach mal eine Truhe jetzt. Beschützt mich bitte, beschützt mich bitte, beschützt mich bitte, beschützt mich bitte. Ja, warte, warte, warte. Jetzt. Ich hab nur noch 68 Leben und ich riskier jetzt. Ach du Scheiße. Ich riskiere jetzt trotzdem mal. Lauf nicht so schnell vor. Äh, ich hab, gleich kann ich ne Potion nehmen. M3. Zweifel mal kurz stehen. So. Ah, sauber. So. War doch hier unter uns, oder? Ja, hier vorne irgendwie gleich, warte. Hier können wir runter. Hier. Da ist es. Und rechts ist so ein Hellstone, äh, links ist so ein Hellstone Ding noch. Oh, ein Imp. Also hier ist so mal eben, ähm, nichts. Kiste, Kiste, keine Kiste. Aber ich baue hier mal wieder das Hellstone Scheiß ab. Ja, mach das mal. Weil damit müssen wir auch irgendwas geiles machen können. Auf jeden Fall. Zumindest soweit die Theorie, ne? Mal sehen, ob wir damit machen können. Ja. So. So, dann nehmen wir den Scheiß noch. Ach, zumindest wird dann Hell, wenn man das abbaut. Oh, nein. Ach, ja. Ey, 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 ey. So. Okay, der nächste Ofen gehört wieder mir zum Schmelzen schon mal wieder. Mh, mhm, mh mh. Inventar sortieren, das macht Spaß. Das ist das Inventar sortieren, ne. Bringt doch alle mit, wenn dir leid, euer Inventar sortiert. Ist fertig? So, ja, ich hab's gleich. Das Inventar sortieren, ne. So, weil ich jetzt Bock hab, mach ich folgendes, pass auf. Ich könnte böse sein, aber ich lass es lieber, wir wollen ja noch weiterkommen. Boah. Was hast du gemacht? Ich hab ein Stückchen Dynamit da runtergeworfen, mir war langweilig. Boah. Eure Häuser in your face. Bitch. Fucking bitch. Na, geh da hoch. Oh, ein Wurm. Ein Wurm. Das kommt doch echt ein Riesenwurm, oder? Ja, das ist ein fucking Riesenwurm. Unholy fucking Riesenwurm. Den haben wir gleich, das ist echt nicht das Thema, jetzt hier gerade, glaub ich. Warte, 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 noch mal ein paar Mal noch nicht drauf, jetzt hier. Ja. Bam. Wenn er auf der Ecke ist, ist das echt nicht schwer, weil für Schaden macht er dir auch nicht. Ne, irgendwie nicht. Ich stamme die ganze Zeit drin und ich hab immer noch 337 Leben von 360. Ich höre ein Wurm. Ja, da ist schwer, die ist nicht hier. Oder war da das Rest? Ne, das Reststück ist das nicht, ne. Ne, 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 der war richtig, guck mal hier. Boah, der droppt ja gar nichts, was ist das denn für eine Kacke? Ich bin sehr enttäuscht von der Hölle. Ja, ich auch bisher, also. Die ist doch nicht so, oh, 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 okay. Da ist ein anderes Gebäude, oh, warte. Baust auch, guck mal nicht mehr eine Brücke bauen oder so, warte ich. Oh, fuck hell, Benz. Ich olle Pussy, baue mal lieber eine Brücke. Aber hier ist so mal gar nichts, aber links ist eine Truhe. Oh, die sehe ich schon, sehr schön, wie kommen wir da hin? Gar nicht. Doch, von links. Boah, das ist aber echt fies, da jetzt ranzukommen, ne. Also mit fies meine ich wirklich fies. Aber ich probiere eben mein Bestes, da mal rüber zu bauen. Jo, ich mache mal wieder ein paar Hellstone Bars. 39 schon, geil. Können wir bestimmt gleich von irgendwas eins bauen. Wurm. Wow, fucking großer Wurm. Ich überlege gerade, wie ich da jetzt, warte ich grad da rein. Oh, das ist echt gemein. Warte ich grad da rein. Ach ja, dann nach unten. Aha. Ja. Man muss es sich auch nicht immer so schwer machen. Warte, wir machen jetzt erst mal den Wurm platt. Darf ich diesmal in die Truhe reingucken? Wenn du magst? Ja. Nein? Okay, ich guck mal rein. Oh, wir haben drinne Flower of Fire. Die sieht sogar aus wie die aus Super Mario. 44 Magic Damage, very fast speed, uses 19 Mana. Oh fuck. Also fast einen ganzen Stern verbraucht man. Ich nehm die erstmal hier auf. Ja, ein Wort. Restoration Potion, restore 100 life. Okay. Aber gibt ja auch 100 Mana. Achso, so weit hab ich mit 50. Das sind 22 Stück, ich teile die mal auf. Für dich, 11 für mich, 11. Ne, nehm die ruhig erstmal mit, wegen Inventar Platz. Ah, okay. So, wegen der Akustik vor allen Dingen. Oh, okay, was ist noch drin? Äh, 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 Hunter Potion. Hast du davon welche mit deinem Tag, zufällig? Obsidian Skin Potion, Immunity to Lava, 4 Minuten lang. Oh, auch cool. Krass, die nehm ich mal mit jetzt, ja? Obsidian, doch hab ich ja auch. Obsidian Skin Potion, hast du die? Hier, nimm mal. Hast du auch ne Orange Hunter Potion? Orange Hunter Potion, ne, hab ich nicht. Gut, dann nehm ich die noch auf und dann haben wir noch Glow Sticks, dass ich wieder welche durch die Gegend spammen kann. So, gut, dann haben wir natürlich wieder eine Truhe noch gefunden, ja? Ja, immerhin, ne? Ja, besser als gar keine, aber trotzdem ist es noch sehr enttäuschend, weil wirklich viel nützliches haben wir bisher jetzt noch nicht so gefunden, um ehrlich zu sein. Aber willst du mal die Blume sehen, weil ich zeig's dir mal eben? Pass auf, nochmal Licht. Hui! Ach, echt? Guck mal, die macht halt Feinbälle, wie ein Mario. Ja, sieht ja echt so aus. Das ist relativ cool. Von Mario geklaut. Und 44 Schaden, au, da ist das nächste Gebäude. Oh, jetzt wieder übermütig, gucken die an. Ja, und? Ich denke, der hat ne Feuerblume und kann hier rumhüpfen wie Super Mario. Super Mario ist mein Genre, ja? Das ist, da bin ich gut drin. It's a me, it's a Mario. Ich hab schon Mario gespielt, da warst du noch gar nicht geboren. Taste of my fire, boy. Jetzt schreiben wir da alle, wie alt ist der Vitor. Das ist mein Real, boy. Jetzt schreiben wir da alle, wie alt ist der Vitor. Sechs, äh, vom Herz her noch sechzehn. Genau. Von meinem Penis her. Oh, von meinem... Acht. Ne, das war Manuel. Ach, ach ja, genau. Ja, stimmt. Hast du keine Steine mehr? Ja, ich bin out of Steine. Und hast du auch kein Schwert mehr, um mich zu beschützen? Ne. Links ist ein Herzcontainer. Ist der für dich oder für mich denn? Für dich wieder. Gut, du brauchst mir gar nicht großartig bleiben. Ja, hier ist noch immer das Hellstone an der Seite. So, machen Sie mal, bitte. Aber mit diesem Hellstone, da kann man irgendwann mal, ähm, Extremely, äh, mit diesen Potions, Extremely Hellstone Abfarming machen. Ja. Wo wir uns dann einfach in Lava stellen und einfach alles abfahren. Die Minuten lang. Hier unten ist deine, dein Herzcontainer. Yeah, man. Warte. Life Crystal. Aber ein, aber ein Trüechen hab ich immer noch nicht gefunden. So. Eventuell Hellstone. Ja, hier ist ein bisschen Hellstone. Gut, dann. Ach ja, übrigens, ich hoffe auch, dass ich noch genug Festplattenspeicher hab. Oh, es ist heiß. Aber, falls ihr auf einmal weg sein solltet, wisst ihr, woran das liegt. Hier sind noch Pfeile für dich. Moment, ich sammle die gleich an. Ich muss die gerade hier wieder, äh, äh. Inventar-Sortiering. Ja. Klatsch. Und da auch noch einer weg. Boah, hier sind drei Gebäude und ein Herzcontainer. Wieder einer für mich? Ja. Wir sind gleich voll, ne? 400 gibt es doch, oder? Gibt es nur mehr? Gibt es nur 400? So viel, ich weiß schon. What? Ich will 4000 haben, Mann. Man kann sich doch so overpowern. Warum also auch nicht, was das angeht?